Aber das ist, dass man endlich mal wieder aufnehmen kann, ne? Ja, das stimmt. Was hier jeden Abend? Ja, immer mal für einen selben Abend. Weil man teilweise dann am Anfang echt Bock auf die Welt hat. Und wenn man was kommt, dann weniger als drei Leute sind das einfach. Äh, machen. Mal spielen, das ist ganz... Ja. Also wenn... Wenn wir das zusammenspielen, da ist die Atmosphäre... Wenn die Atmosphäre von dem Spieler ist, dann... Egal wie weit du bist, wenn du da so ein bisschen drüber redest, ist das eigentlich immer ganz cool. Ja. Ja. Ja, also da passt jetzt das gleich. Und, äh, Achtung, da kommt jetzt gleich die wach. Ach echt mal, diese groben Motorradfahrer, die haben echt keine Robys. Gut. Jetzt aber eher in einem Roller angehört, irgendwie. Ja, Fahrradfahrer nicht. Naja, Arne, man fahrt ja nicht mehr mit dir aus. Ja. Autofahren auch. Naja. Ach ja, Fahrradfahren auch. Ja. Fahrradfahren ist ja nur mittels auch Spottart. Also wenn ich heimkomme... Hobby auch. Also... Ja, ich sag, gut, das ist Spottart. Alles, was ich mach, wenn ich dann nachgemüde bin, ist natürlich für mich Spottart. Das heißt, wenn ich Fahrradfahrt komme ich heim bemüde. Also es ist nämlich Spottart. Ja, ich hab, äh, Videos geändert und, äh, aufgelost. Ich hab, äh, Videos geändert und, äh, aufgelost. Da sind weggekommen. Die sind ja heute noch eine Anerhaltung. Das... 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 Ding. Ja, genau. Oh, da ist ein Enderman. Enderman... Scheiße. Ich hab Lust auf den Enderman jetzt. Ah, die Nerven total, die... Ui, da ist ein Spinnchen. Der hässliche Geräusch. Ja. Ui. Es war Cree Bash. Wirklich nix. Ja. Ich... Ich... Na, ich muss erst... Erstmal gucke, wo ich hier rauskomme. Kannst du mal kommen und dann kann ich dir auch... Ich muss mir auch mal... Ja. Oh, hier ohne Musik hinaus irgendwo. Man muss, äh, kann ich die Gelegenheit nutzen, um mir eine neue Rüstung zu machen. Weil die, die ich eben hab, die ist... Ziemlich im Apropos. Ich mach doch mal den Arsch. Ja... 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 Ich hab mal... Ne... Ich hab mal... Dort... Melonen hab ich hier auch noch irgendwo... Töffelchen. Doppel... Eiyo... Ja... Ja... Machst du jetzt erst eins... Das war nicht arg. Das ist schade. Ah, nicht. Wuh... Was... Was... Was bringt mir das? Was hab ich denn davon? 1 Euro kostet sich... 1 Euro und... 1 Euro und... Euro und 3 Erdbrück. Okay. Ja... 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 Naja... Was schwitzt du... Was mit dir... Ja... Naja... 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 Ja... Naja... Naja... Die nächste Woche... und als der schluss und als mehr und das mal tun er nur und so halt eben oder das sieht aber ganz schön aus da oben wo ich sage ein stöckchen stöckchen die unterste und die mittlere reihe menschen voll und er sieht aber schon aus der ober hier und erst gleich mal gleich mal aber ich mache immer heute sieht das sieht aber cool aus das ist nicht irgendeiner muss ja das geld verdienen das ist das ist echt geil aus hier muss ich sagen nein beim jonas wo ich wusste noch nicht hier muss jetzt von außen jetzt steht jetzt mit dem knöppchen ja aber da kommt es von außen nicht rein das bleibt dann es bleibt dann fünf sekunden auf und dann gehst du durch dann geht es wieder zu noch nehmen oder was ja kannst du drin und raus ein hin machen das funktioniert hast du hast du mal ein schalter ein schalter ein schalter ein knopf und ein bisschen redstone machen mal zwei knäppchen immer so schlug und brauche immer den schalter ab ich wusste wusste es doch hier im inneren jetzt müsste ich nur wissen wo du hier deine leitung hast die eine ist hier vorne und also warte guck erstmal beim schalter passiert das hier bleibt es bleibt dauer beim schalter bis der dauerhafte an und um ein knöppchen passiert das guck naja das zweite stadt der haupt ob sie folgt auch so muss also wenn wir kommen wo hast du hier der redstone leitung das war ein hier hier wo ich stehe also ich nehme an ich nehme an du willst den du willst den knopf hier haben da wo hier doch lieber da nein ich will den wundern und wann was die erde erde Erde. Erde. Brrr. Kotz. Spuck Erde um.